Läuft sie? Läuft sie? Ja, läuft. Bitte stell dich hin. Ja. Ohne Text. Vorhin hattet ihr es eilig und es lief nicht gleich. Ich habe es auch jetzt eilig. Okay, warte mal. Ich spüle es vor. Die ist wunderbar. Ja, ja. Das ist gut. Bleib so stehen. Du kannst am Anfang so machen. Ja. Keine Verspätung wegen mir. Keine Verspätung wegen mir. Jetzt hast du die Rekord. Ministerpolizei. Gleich wieder. Am besten so, dass man wirklich nur die Beinpartie sieht und ich dann so hoch ziehe. Okay, dann tue sie mal ein bisschen hoch und runter. Ich filme schon den ganzen Teil. Ach so, okay. Mal beglück' ich. Mit meinem 60 Track die blauen Fans. Weckes Herzen. Widerlich. Weg damit. Noch einmal. Ich habe mich auch gefragt, was ist das denn hier nochmal? Angeln. Stabilisieren. Und das geht's. Mal beglück' ich. Mit meinem 60 Track die blauen Fans. An dem anderen Tag verschließte ich mich gegen schlaue Tränen aus dem Netz. Zieh den Stecker aus. Oh, das ist ein Dose. Krasse Aktion. Voll extrem. Es ausschaut, als würde ich dich beim Chillen filmen ohne dass du's checkst. Jetzt schieß mal ein Tor. Ich dachte eher mit den Drücken. Knöpfe drücken. Es ausschaut, als würde ich dich beim Chillen filmen ohne dass du's checkst. Ja, was machen wir überhaupt jetzt? Nur, nur Urs ins Bild. Die ganze Zeit. Kannst du da weggehen? Danke. Wir machen jetzt nur Urs ins Bild. Was machst du weg? Okay, lass mich los. Sieh! Der verstellt auf jeden Fall den Fokus während dem Dings. Hm? Der verstellt auf jeden Fall den Fokus während du... Okay, machen wir dann beim nächsten Mal aus. Glaubst du, das ist jetzt unbrauchbar? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Der Tatum meint, der verstellt auf jeden Fall den Fokus. Der versteht den Fokus was? Aber das muss man mit derselben filmen. Das kann man nicht mit einer anderen Kamera filmen, oder? Ja, das sieht man den Unterschied dann. Weiß ich nicht. Weil sonst könnte man auch eine GoPro organisieren, welche Fisch den ein Fischei hat. Dann ist das auch viel geiler, wenn du die unten hinstellst... Wer hat die? Komisch, oder? Gibt's definitiv Leute, die ich fragen kann. Hm? Eli? Katsu, hier! Wie lange hat die? Das ist alles geil. Das passt so. Was, macht er so? Ne, ne, macht er nicht. Der macht nicht mehr Wackeln. Macht er nicht. Ich mach hier an. Ah! Motherfucker! Einfach nur so. Ich würd's einfach nur an deine Optik, kommst du knicken, denn jetzt... Ich würd's einfach nur an deine Optik, kommst du knicken, denn jetzt... Ihr seid jetzt nach vorne gekommen, oder? Okay. Du bist so beschallend, ich hab raus. Haptik Rekord Songs. In der Iserlichter Bros. Kops gehen an Simeon. Haptik Rekord Songs. Haptik, Haptik! Haptik, Haptik! Haptik. Also ein Dachter. Das lag hier! Das war ein Zeichen. Das lag hier. Dürfen! Das sind alle Regen hier, oder was? Ja, das sind nur die, die immer zu Kritik führen. Alles andere ist natürlich als bekannt vorausgesetzt und zu setzen. Was passiert hier? Brandy! Pja! Nein, nichts, ja! Jaaaa! Nein! Ach komm! Das könnte doch mal spannend werden. 18, Digga. Aber ich weiß nicht. Gib mir jetzt 42. Oh jeee, ist das freudig. 23.34. Fack jetzt. Das wäre zu schön gewesen. Kamehame hat dich! Das ist echt wahr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.